Koordinaten oder einfach nur willenloser Zahlensalat? Ich bin mir ja noch nicht so sicher. Koordinaten sag ich eindeutig. Wenn du das sagst. Holmes, können wir diesen Zahlen vertrauen und einen Sinn daraus ziehen? Ich meine, wenn man das Leiden dieses Jungen bedenkt... Der ist dumm, nicht dumm. Er ist merkwürdig, nicht wahr? Watson, begleiten wir ihn und seine Schwester zu ihrem Arbeitgeber. Hier wohnen die Gallagherz. Vielen Dank. Miss Jula, wir haben Ihnen zu danken. Passen Sie gut auf Ihren Bruder auf. Watson, wir müssen uns beeilen. Der Feind ist nah und wir müssen noch einen weiteren Ort untersuchen. Die Stechmücken, pass auf! Und du? Komm ich doch nicht dran vorbei. Doch, jetzt auf einmal schon. Ja, Watson, wir müssen hier hindurch. Bevor wir uns weiter voranwagen, müssen wir einen Schutz vor dieser gnadenlosen Insektenhorde finden. Warten Sie hier auf mich. Kröten! Wo kriege ich die hier? Weiß ich nicht. Der verabelt mich doch. Hier. Oder meint der Aas oder sowas. Oder das A. Aber das Aas ist doch für den Waschbären. Das Aas ist eigentlich für den Waschbären. Lass noch mal lesen, den Text von der Stechmücke bitte gerade. Äh, äh... Textdokumente. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Zitronensaft, der duftet jetzt die bedrohlichen Insekten ab. Also nach oben und den Zitronenbaum flückeln. Der ja oben noch steht. Oder so. Das sind Orangien. Wenn ich das mal kurz... Njoo, njoo. Oh, äh. Ach, Schmatt. Vielleicht ist es an der Zeit, sich um diesen jungen Mann zu kümmern. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Was? Nee. Hä? Ja, ist jetzt doch wieder hoch, oder was? Ja, doch. Haben sie die nicht gerade drüber abgeladen? Nein, Schmatt ist doch ein anderer als ihr Bruder Davy. Ach so. Ach, ist ja wohl nicht wahr. Watson ist doch was. Ist das sein Ernst? Ich glaube, ich verabinde. Ich weiß es nicht. Ach so, vielleicht braucht der junge Mann einen Arzt oder so. Ach so. Watson! Aber wieso sieht denn Schmatt genauso aus wie... Weil das alles... Watson? Da steht da wieder hinter uns. Weil das alle Sklaven sind. Watson soll ich doch hier warten! Sehe ich auch so. Ah, wo ist denn der jetzt wieder hin? Lieber Herr Dr. Watson. Der hört aber auch nicht. Was macht er denn da? Ja, was du nicht sagst. Ja, und jetzt... Jetzt darfst du hochgehen und die Zitronen pflücken. Nein, das glaube ich nicht. Doch. 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 Kommt der jetzt mit? Nein. Mann! Was soll denn das? Die Bühne ist kaputt. Zu schnell. Ach, zu schnell. Schnick, schnack. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Versuch mal mit dem Messer. So, klar. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Ja, ich weiß. Ich wollte ja nur meinen Scherz machen. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson... Ja, halt die Guschel mit deinem Watson. Manno! Der will jetzt mit dem Jungen irgendwas machen. Oh, ist das ätzend. Wie die Tür war denn das? Hinten. Ja, aber da bin ich ja nicht reingekommen. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Alles zu seiner Zeit. Mann! Zuerst muss ich Watson finden. Ja, es geht jetzt kein Weg an Watson vorbei. Ja, aber ich war doch bei Watson. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Veräußern die mich oder was? Was soll denn jetzt Watson... Äh? Was soll ich denn mit dir machen? Soll ich ihm eine vor... Das gibt's doch nicht! Jetzt kommt er mit, oder was? Okay. Kommt er jetzt mit? Ja. Ich krieg zu viel, ne? Ist er noch da? Ja. Komm brav mit. Komm brav mit. Zu dem Jungen sind wir uns jetzt einig? Nein, oben zum Zitronenbaum. Das glaube ich nicht. Er hat gesagt, vielleicht ist es an der Zeit, sich um diesen Jungenmann zu kümmern. Das werden wir ja gleich sehen. Aber ich probier erst unten, weil's näher ist. Oh! Holmes! Hier ist... Nee. Nee, geht auch nicht auf. Du musst nämlich mit ihm nach oben, damit ihr euch beide gegenseitig mit dem Zitronensaft einreiben könnt. Ja, warum latscht er mir denn nicht hinterher? Das weiß ich doch nicht. Ich meine, das Spiel ist alt. Jetzt kommt er nicht durch die Tür, oder was? Wo ist er? Draußen. Mach die Tür nochmal auf, bitte. Hey, ich krieg zu viel, ne? Ist er jetzt endlich da? Ja. Es ist ein Traum. Der Sonser! Das ist die Stelle, an der ich offiziell nicht mehr will. Wie krank ist das denn, bitte? Jetzt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Okay, jetzt gucken wir an die Lösung, jetzt will ich's wissen. Die wollen mich veräppeln. Ah, ich kann's nicht so gut zusammen, ja. 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 Aha. Ist ja schön, und wie? Wie denn da draußen gegangen sind und sich dort nun mit Moskitos herumschleiben müssen, können sie jedoch einen Zitronenbauer nehmen. Ja. Würde ich ja sehr gerne. Muss ich mit ihm nochmal zu den Moskitos? Ich hab keine Ahnung. Ich triggere das jetzt nochmal. Das wäre die letzte Möglichkeit, die noch bleibt, ansonsten ist das Spiel kaputt. Ich triggere ihn jetzt, ich triggere das nochmal. Warte mal, ich mach mal langsam. Oh, ist das ätzend. Das geht ja gerade gar nicht. Ah, ich werde diese Folge die Zitronenbaum-Aphäre nennen. Was macht das? Oh. Mann, geh weiter, nerv nicht. Watson, antreten. Schneller! Zackig! Oh, Holmes, hier ist alles voll von diesen Stechmücken. Ich schwöre dir, es hängt. Letzter Versuch. Ich sag, wir müssen von letztem Speicherpunkt nochmal spielen. Oh, Holmes, äh, Watson. Ich krieg schon einen nager Koller, ne? Ist er da? Ja. Ich mach das mal weg, der soll die eigentlich nur pflücken. Das ist herrlich. Ne, 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 ne. Wo rennt er denn hin? Ich glaub, er steht schon wieder hinter dir. Genau. Muss ich eine bestimmte Zitrone ausdehnen, oder was? Alles zu seiner Zeit. Zuerst muss ich Watson finden. Die scheiß Spierling! Oh, Holmes, hier sind tausende von diesen Stechmücken. Das kann doch nicht angehen! Ich war zu schnell. Bestimmt, war einfach zu schnell. Ich verzweifle. Tja. Tja. Warum hast du das gespeichert? Weißt du es noch? Oh, nein. Guck mal kurz. Oh, Gott. Laden. Unterladen. Guck mal. Ja, das sagt mir ja richtig gerne. Ja, Wahnsinn. 21.57 Uhr. Wie viel ist das jetzt? Das ist doch schon. Ja, geil. Ja. Speichere den mal trotzdem woanders ab. Oh, Gott, ey. Oh, Gott, ey. Ja. Wie könntest du noch einen Rollstart versuchen? Ja, können wir ja machen. Wir versuchen das mal und melden uns vielleicht nochmal zurück. So. Da sind wir wieder, wir haben jetzt nochmal dahin gespielt und es war wirklich ein kleiner Bug in dem Spiel drin und eventuell könnte es jetzt funktionieren. Das wird sich sicher als nützlich erweisen. Ah, my dear, we have a Zitrone. Oh, mein Gott. Aber ich gehe jetzt nur runter und dann... Ja. Also das war jetzt das letzte Jahr dem ganzen... Alter Schwede. Da wartet er ganz brav und artig. Jetzt, wie er warten soll. Und hier vor dem Tor machen wir jetzt Schlüsselein. So. Zitrone ist da, Watson ist da, die Stechmücken sind da. Holmes ist da. Und in der nächsten Folge... Auf in den Zupf. Genau.